Sieh dir, die Uhr läuft! Kai, Kai! Warum komme ich nicht einmal umher... Lass mich doch erst mal anfangen mit dem Interview, verlegen wir! Kai Romes ist bei uns am Stand von permanent hier auf der Coupé-Dreh. Und jetzt kannst du. Also, was treibt dich hierher? Warum komme ich nicht einmal an deinem Stand vorbei, ohne dass wir ein Video machen müssen, ohne dass wir... Weil das nicht geht. Also, weil das nicht geht, okay. Ja, genau. Also, was treibt dich auf die Coupé-Dreh? Was treibt mich auf die Coupé-Dreh? Natürlich erst mal wieder den Überblick, was ist so los in der HR-Welt. Wobei ich gestern gelernt habe, wer HR sagt, diskriminiert. Also, wir haben Abgrenzungskommunikation jetzt mittlerweile auch in unserer Bubble. Finde ich sehr spannend und amüsant. Was heißt denn das? Erzähl mal, was bedeutet Abgrenzungskommunikation? Abgrenzungskommunikation ist, wer anders ist, wertet ab und diskriminiert. Also, ich kenne... Das verhindert Diskurs. Und das ist eine Sache, die ich hier auf der Coupé-Dreh auch bei vielen Workshops und Diskussionen zu schade finde. Wir haben echt zu wenig Diskurs. Wir haben viel zu viel gleiche Meinungen. Wenn ich auch Diskussionen und Pendeldiskussionen zum Teil erlebe, wo ich fünfmal die gleiche Haltung, fünfmal das gleiche Verständnis und fünfmal das gleiche Argument höre in die gleiche Richtung, entstehen keine Vielfältigkeit an Meinungen. Das finde ich schade, weil ich glaube, wir leben vom Diskurs. Wir waren in Kiel vor zwei Wochen zusammen und haben zwei Tage zusammen verbracht, Dirk, wo wir extrem viel Diskurs hatten, ohne dass wir unterschiedliche Haltungsthemen hatten. Aber wir haben die gleiche Haltung gehabt und konnten trotzdem diskutieren. Das geht mir verloren und das finde ich schade. Ich glaube, damit fährt sich HR weiter in eine Bubble rein, dass sie doch vielleicht nicht so ernst genommen werden, wie es ist. Dann haben wir Diskussionen gestern über den HR Business Partner gehabt, also wofür ist der da? Das sind alles spannende Themen. Aber ich glaube, da müssen wir einfach nochmal vielleicht doch nochmal anders denken, dass wir mehr Diskurs hinbekommen, dass wir mehr Vielfalt in den Meinungen bekommen und die auch wieder mehr lernen zu akzeptieren. Und ansonsten war natürlich ja die Umbenennung der Selbst-GmbH... Jetzt kommt das was auch jetzt hier. Jetzt kommt der Abweblog. Und die Umbenennung der Selbst-GmbH-Inspiring Network. Und ich freue mich mit dir, Dirk, und mit dir, Martin, direkt zwei Mitglieder für das Inspiring Network gewonnen zu haben. Und freue mich dann nochmal, euch auf einem unserer Netzwerktreffen, die kleiner, familiärer sind. Die sind ähnlich wie der Campus in Kiel drauf zu machen. Und dann werden wir heute noch einen schönen Tag haben. Wow, also es ist seltener ein Interview, dass ich so wenig reden konnte. Aber vielen Dank, Kai. Ich will deinen Leuten ja auch mal was Gutes tun, damit man mal eine andere Stimme hört. Ja, war's gut. Ciao.